hallo und herzlich willkommen zurück zum bussimulator 18 ja dann schauen wir mal was wir heute machen müssen nutze fahrer um auf der strecke mit maximal zehn haltestellen einkommen zu generieren business park mindestens vier haltestellen und port am war auch mindestens vier haltestellen jetzt bin ich gerade überlegen wo mein business park ist hier der astra das leuchtet ja auch immer hoch das sehe ich jetzt bei der 18 strecke wer die 18 die gespeichert habe sagen das mal so sehe ich das jetzt glaube ich zum ersten mal wir machen mal eine neue strecke also wir brauchen insgesamt zehn port ember scheinen auch die beiden hier unten dazu zu gehören dann würde ich fast sagen dass wir sechs hier nehmen und vier hier würde das gehen müsste eigentlich oder 1 2 3 ja doch da fährt er richtig hin 4 obwohl wir können es auch andersrum machen moment wir machen so 15 stück genau da nehmen nämlich unten auch nur fünf und fährt er hier rein dann machen wir 678 9 10 machen muss mal so so ne maximal vier haltestellen ach ich bin ja auch so doof naja kommt lassen wir das jetzt so sprechen wir das ganze jetzt erstmal ab dann wir sollen ja fahrern nutzen wir haben level 12 haben wir jetzt da schon den neuen wagen geholt ich meine ja oder sitaro g so und im shop sitaro g genau das ist der letzte dann würde ich sagen dass wir dann für die strecke einfach mal einen bus holen die man uns noch leisten können also sprich dem kleinsten bus ist ja egal den bearbeiten wir natürlich noch mal eben ganz schnell dass wir da da könnten wir theoretisch auch ein neues design drauf machen aber das sieht so dschungel mäßig aus irgendwie sieht ein bisschen scheiße aus ehrlich gesagt so nehmen wir das modell und da müssen wir natürlich noch einen fahrer einstellen ganz schnell macht doch den mist hier raus damit ans lesen kann hat drei söhne ein töchter ist unterwegs hat angst vor weißen kaninchen ja kann ich absolut verstehen wer hat keine angst vor weißen kaninchen seitdem es alles im wunderland gab und ist total verrückt nach katzen er soll sich dann aber nicht ablenken lassen von unseren von unseren passagieren wo wir haben aber auch einen profi hier drin braucht den job um sich das katzenfutter leisten zu können also auch ein katzen freak glaubt dass das böse mir ruht kann ich absolut verstehen wirklich trägt den spitznamen blitz was angeblich an seinen basketball skills liegt ich weiß ja nicht aber wenn dazu abgelenkt ist nebenbei aber wir können ihn trotzdem einstellen der ist zwar teuer aber ich hoffe mal wir haben ja die strecke aus vorsehen ein bisschen größer gemacht dann hoffe ich mal dass das soweit in ordnung ist das muss man schauen hier den stecken wir daran mit dem bus zack ich hätte mir die zu tauschen müssen aber egal wir fahren jetzt los wo ist er denn und fahrt aus ok heute ist der nationaler feiertag mehr leute werden den bus nehmen als üblich sehr schön finde ich immer gut hier scheiße zum zum kontrollieren blüchen guten tag ich muss noch mal in den zettel hier weg machen nämlich auch was sehr so ein schöner tag das ist so ein schöner tag kann ich bitte eine fahrkarte haben ja aber natürlich die dame einmal 80 gerne eine fahrkarte weißes t-shirt hat bezahlt und die studentin das problem ist nur dass ich keine andere ob da noch eine andere studentin drin war aber ich glaube nicht weiß und studentin hier muss ich raus wollt ihr mich verarschen was ist denn das für ein random satz hier ich brauche einen fahrkarte ja jetzt wird schon kompliziert so viele lute kann ich mir gar nicht mehr merken dass die alle bezahlt haben gerne gerne da ist doch bestimmt wie ein schwarzfahrer noch dabei oder na klar hier ist die fahrkarte hier stehst du denn hier so rum hallo hast du mich erschreckt hier bitte wieso steht der auf hier bitte na klar ich glaube ihr drei habt bezahlt ihr drei wart die einzigen die bezahlt haben oder vielleicht gab es auch mehr die bezahlt haben ich bin mir grad nicht sicher aber ich meine das waren die die bezahlt haben sehr schön das hast du richtig gemacht ach danke nächster halt astra promenade ja die gute astra promenade da fahren wir jetzt hin und ich hab schon wieder totale panik wegen der schlaglöcher ehrlich gesagt jetzt hab ich das wort gesagt jetzt werden sicher wieder ganz viele da drin sein amoe und einen plattenbau wer hasst sie nicht die plattenbauten der gegend aber ich glaube das ist nur ein bürogebäude das ist gar kein plattenbau sehe ich jetzt gerade hier an den fenstern so hallöchen wir sind da mach den platz frei wir haben keine zeit dankeschön war schneller ja hier ist heute nicht nach arbeiten nur mach doch einfach blau die hälfte von deutschland oha 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 ich hoffe eine fahrkarte ja gerne ich hoffe die anderen auch sonst muss ich alle nochmal kontrollieren und das wird lange dauern ja ja natürlich danke gerne wenn das so weiter geht ist das wunderbar der ist doch kein student mehr ne gut es gibt ja diese ewig studenten ne so typ weiß das Oberteil hinter mir Und die rennen schon wieder alle durch. Ich muss einfach alle kontrollieren, die jetzt reinkommen. Ich muss die einfach alle... Darf ich hier zumachen? Oder habt ihr noch irgendwelche Probleme? Nee, ne? So, du hast hier schon gesessen. Ich habe schon kontrolliert, glaube ich. Ja, 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 ja. Ich habe schon wieder die Tose hier vorne. Ich habe es doch gewusst. Wie ist es, ist es nicht die Oper? Ach so, hier. Du hast also auch deine Karte vergessen. So, so. Tut mir klar. Oh, tut mir klar. Hier ist die Karte. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alle schon, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja schon zwei Leute erwischt, die jetzt halt eben Bußgeld bezahlen müssen. Deswegen schauen wir die anderen einfach auch durch. Schön stehen bleiben. Ich muss ja weiterfahren. Hallöchen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Lichtrupe gebe. Ich muss echt mal nachgucken. Ich vergesse das allerdings immer wieder. Ja, saßen die da gerade auf unsichtbaren Stühlen? Habe ich das richtig gesehen? Auf der linken Seite gerade. Das sah irgendwie seltsam aus. Wie die da aufgestanden sind. Ich wollte gerade sagen, da war doch jetzt nichts. So, die nächste Halttisch... Ach, da ist sie. Okay. Nein, das ist im Ernst. Das ist nur wegen dem Wasserfütz nur was. Hallöchen. So, möchte jemand aussteigen? Nein, alle bleiben natürlich drin, damit es noch unübersichtlicher wird. War ja klar. Okay, also Einzelstandard. Zack. Danke. Gerne. Die Dame in Rot, Oma, zwei blaue Lottchen. Die Dame in Rot, Oma, zwei blaue Lottchen. War's glaube ich schon mal, ne? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Warum müssen die hier alle gleich aussehen? Oh nein. Die Oma? Aha, na klar. Ja, zu vergessen. Wer ist denn die Dame in Rot? Dann ist das die gewesen. Okay. Dann haben wir sie jetzt alle. So. Dann. Äh, Moment. Ich muss links rumfahren. Sollst du nicht gucken und gleichzeitig schon fahren? Äh, links rumfahren und ich glaube, da muss ich rechts reinbiegen. Kann das sein? Jetzt fahrt doch mal weiter hier, Leute. Drängelt euch da mal ein bisschen dazwischen. Und ich würde es auch tun. Also natürlich nicht in der Realität, ne? Sondern nur im Spiel. Ich denke mal, das ist jedem klar. Natürlich. Natürlich. Drängelt man sich schon dazwischen und dann tut der eine so, als ob der gleich in einen reinfährt. Das ist doch Sauerei hier. Oh, 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 oh. Das war kein Schlagloch. Okay. Das sah gerade so komisch aus. Ich habe nicht gesehen, dass von da einer gekommen ist. So. So, wirklich viele Leute, die hier stehen. Hallo, haben die alle kein Leben oder was? Müssen die alle nicht arbeiten? So, bitte viele rausgehen, weil sonst haben wir hier überhaupt keinen Platz, die Leute hier alle reinzuholen. Ja, so ist gut. So ist gut. Ich würde ja auch gerne hinten aufmachen, aber dann drängen sie sich wieder alle hier rein, ohne dass ich mitkriege, wer hier reinkommt. Ich wollte gerade sagen, Stefan ist dauerkrank. Also, der ist den ganzen Fragen, wenn du willst. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, aber natürlich für eine Woche direkt. Das ist ja super, dass sie so viel mit unserer Bahn, wollte ich gerade sagen, mit unserem Bus fahren. Also, Oma Blau. Ja, auch schon für eine Woche. Danke. Oma Blau. Eine Fahrkarte, bitte. Mit anderen Worten, die Oma ist blau. Hat zu viel gesoffen. So, bitteschön. Oma Blau, Studentin, Braun, Weiß. Ach, ffft euch doch einfach alle. Ich werde sie alle kontrollieren. So oft, wie hier Leute reinkommen. Ich weiß, ich weiß. Nur, es geht einfacher, wenn ich hier alle einmal anklicke. Das habe ich auch schon gemacht, ne? Du hast dich, glaube ich, neu reingestellt. Ich mache das jetzt jede Runde. Also, fragt mich nicht so blöd, ich mache das jetzt jede Runde. So. Lasst mich raus, Jungs. Ich muss hier raus. Kanaldeckel. Okay, das Kanaldeckel sind keine, keine Dings. Äh, keine Schlaglöcher, das wohl. Alter, du sollst nicht so weit hier reinfahren. Was war das denn gerade? Der Bus wollte weiter, als ich wollte. So, Mann. Hier und dann gleich scharf rechts rein. Okay, das wäre das gesamte Universum eine Simulation. Ja. Schlag doch. Ist ja auch so. Das ganze Universum ist eine Simulation und wir sind mittendrin. Wir sind aber schlecht simuliert, muss ich dazu sagen. Deswegen flackern wir auch hin und wieder schon mal so ein bisschen. Das ist halt das ganze Geheimnis. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin undemüde. Ich bin undemüde. Ja, auch mal. Tut mir leid, aber wahrscheinlich hast du dann auch im alten Sägewerk durchgefeiert. Wobei, ab einem gewissen Alter scheint man ja öfter müde zu sein. Beziehungsweise auch länger müde, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, ich war nie alt. Ganz bescheuert. Okay, alt bin ich schon, Enkel. Liegt im Auge des Betrachters. Fragt meine Tochter und ich bin alt. Fragt meine Freunde und ich bin nö. Fragt mich und ich sage, ich bin irgendwas dazwischen. Ich fühle mich alt und bin nö. Leute, ihr müsst auch schon aussteigen. Was glaubt ihr, warum ich hinten nicht aufmache? Jetzt alle raus hier. Das ist gut, die geht auf. Die grüne, ich weiß nicht, warum die da hinten so komisch hängt. Doch, die geht auch raus. Er bleibt, nee. Er geht auch raus. Ja, wunderbar, wunderbar. Das muss schneller gehen, Jungs. Kommt. Das muss schneller gehen, du auch. Los. Jetzt haben wir hier alle frisch, frisch, fromm, fröhlich, frei. Meine Frage. Welcher, welcher Orangene ist das denn? Wenn du kotzen willst, raus, ne? Also nicht in meinem Bus, denk dran. Okay, orange hinten hält blau, weiß. Student. Ach, ich nehme sie einfach alle, was soll's. Also euch beide, bei dir bin ich mir jetzt nicht sicher. Klar. Hier. Hier, bitte. So. Na klar, hier. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Oh, Oma hat auch bezahlt. Ich bin ganz stolz drauf. Die Rentner haben zwar kein Geld mehr, aber diese Rentnerin konnte mal ihr Ticket bezahlen. Meistens sind es ja wirklich die alten Leute, die hier nicht zahlen. Entweder die alten Leute oder die Studenten schon mal öfter. Oh, hi. Ja, stimmt. Ähm, letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als, ähm... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ähm, äh, ich wünsche dir was. Oh, oh, oh. Bin ich nicht drin gewesen, oder? Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Moment, der sagt... Achso, der sagt, weil ich das hier machen muss. Okay. Ich darf wieder nicht über die Linie fahren, sonst kriege ich wieder Punkteabzug. So. Muss ich gut aufpassen. Beziehungsweise, ja, ein Bürgersteig, glaube ich, ist das, ne? Das ist ja keine richtige Linie hier. Wenn man da einen Bürgersteig reinmacht, weiß ich auch nicht. Schön warten, ne? Ich bin Bus... Also, ich fahre einen Bus, hab Vorfahrt. Sowieso, weil ich aus dem Kreisverkehr komme, beziehungsweise noch drin bin. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ja, der gute Hans. Über den haben wir jetzt schon so oft gesprochen und gehört. Das macht der alte Kerl eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt rechts oder links lieber sein sollten. Ich setze mich mal nach rechts. Wir kommen unserem Ziel auf jeden Fall näher. Das sieht aber... Ich glaube, ich muss doch links abbiegen. Ach so, da geht's sowieso nach rechts geboren? Nee. Ich muss doch rechts ablegen. Ey, da kann man sowas nicht vorher zeigen. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ja, müssen wir leider alle. Müssen wir leider alle. Oh, Entschuldigung. Ich bin jetzt auch mal ohne zu gucken direkt hier rein. Ich hab's nicht mitbekommen, dass das schon hier war. Ich bin aber, also ganz ehrlich, diese Strecke hier, so wie ich das jetzt gerade mache, bin ich noch nie gefahren. Diesen wunderschönen Meeresblick. Nee, bin ich noch nie gefahren. Oh, ist das euer Ernst? Was? Was rüchelt die alte Dame hier so rum? Ich hab's nicht verstanden, was ich jetzt hier... Ich glaub, ich muss hier raus, oder? Ja. Es sah jetzt ein bisschen komisch aus. Ist doch ein bisschen kompliziert zu fahren hier. So, dann kommen wir zu Teil 2. Teil 2 und wir müssen hier rechts rein. So. Hier können wir noch durchfahren. So, ein 100. Okay. Nennst du was zu essen? Oh. Oh, gerade noch rechtzeitig. Ich hab erst gedacht, ne, 30, ne? Und dann hab ich gedacht, oh nein, Geschwindigkeitsbegrenzung. Also hier diese Hubbel, die waren ja nur bis 20. Aber ich hab's mal gut hingekriegt. So, jetzt muss ich mal schauen. Irgendwo da vorne rechts müsste meine Haltestelle sein. Ah ja, hier. Jetzt seh ich auch die Leutchen hier stehen. Sehr schön. Der erste Gabelstapler ist mir schon am Winken. Ja. Immer gerne, immer gerne. Steigen Sie bitte alle vorne aus. Das war das, was so laut war, genau. Ach, ein freier Tag ist schon was Feines. Ja, ne? Ist die Frage, wer von euch sich einen freien Tag und eine Busfahrt leisten kann? Wir stehen jetzt einfach hier. Oder kommt noch ein Nachzüge. Gleich hätte ich jetzt was zugemacht. Gerne, gerne. Studentin, setzt sich nach hinten. Setzt sich nach ganz hinten. Also tut mir leid, ich muss jetzt hier nochmal alle. Oh, aha, ich hab schon wieder einen erwischt. So, so. Das ist nicht mein Problem, wenn der Bus so voll ist. Muss ich halt alle mal zu ziehen. So, die eine hatte ich ja gerade. Gesagt, dass die bezahlt hat. Dann geht es weiter. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit jetzt verlieren dabei. Ich mag das ja, wenn er so ein bisschen bunt ist. Da war ich nicht rein, ne? Aber wir müssen auch hier wieder runter bremsen. Ich hasse diese blöden Dinger. Ja, hi! Oh. Ich weiß nicht, was G war, aber ich hab's gerade gedrückt. G ist keine Rupe. Merkt euch das. Oh, ist das dein Ernst jetzt? Ja, natürlich, Hans ist doch schon wieder zurückgekommen. Ist doch schon alles passé hier. So, kommt mal alles schön hier vorne raus. Vielleicht bringen wir das ja noch hin. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie viele Leute sitzen jetzt. Ich kann mir das eh nicht merken. Ich brauche gerade eine Fahrkampfer. Ja, sie bezahlen ja in der Regel immer. Das finde ich sehr gut. Und das ist ja sehr nett. Das ist ja das Gesetz zu zahlen. Die Menschen müssen ja für alles zahlen. So, Tag, Strand, Nachfuck. Einmal 80 Sekunden. Ja. Was ist heute eigentlich für ein Feiertag? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, jetzt kommt die Antwort oder sagt sie, eine Fahrtarte bitte. So. Jetzt sind so viele eingestiegen, dass ich keine Ahnung hab, wer jetzt hier eigentlich drin war. Was? Hab ich ihn? Oh nein. Na klar. Hier. Die rennen nach schon wieder. Ich wusste es doch. Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine... Ja, ist mir scheißegal. Ich werd sie alle kriegen. Da ist es mir scheißegal, welche ich schon kontrolliert hab und welche nicht. So. Der LKW-Fahrer hat's richtig gemacht, der zweite. Der erste natürlich nicht. Komm, fahr, Junge. Ich muss geradeaus zu einer Haltestelle. Die... Die... Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Das tut mir leid, aber für verlorene Schlüssel sind wir leider nicht verantwortlich. Sie können aber mal schauen, ob sie vielleicht noch irgendeine Kaugummi vom Vorgänger finden. Das könnte eine Schüssel vielleicht ersetzen. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ja. Wenn man das so an die Tür ran macht, so dass die Tür nicht mehr richtig zufallen kann. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Trick. Danke. Danke. Ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne. Blau Vampir. Ich liebe die Sonne. Bitte bringen Sie mich hier nicht durcheinander. Eine Fahrkarte. Ja, zweimal Blau Vampir, muss ich mir trotzdem immer noch merken. Zweimal Blau Vampir, Orange, Oma. Zweimal Blau Vampir, warum ist das hier so laut? Orange, Oma. Gerne. Zweimal Blau Vampir, Orange und Oma. So, zweimal Blau. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, das mag sein. Orange Vampir. Die Oma, was ist die Oma? Zweimal Blau, ist die hier? Wahrscheinlich der Oma, Vampir, irgendeine Oma, ich weiß nicht welche. Da bin ich mir noch nicht sicher. Du bist auch Orange, Moment, ich kann die Oma nehmen. So, ich habe keine Ahnung, wer von denen jetzt derjenige ist. Die sehen ja aus wie Klone. Jeder einzelne von denen sieht aus wie ein Klon von der Zukunft oder so. Da weiß man doch gar nicht mehr, wer jetzt gerade reingekommen ist und wer nicht. Die Haare sehen vor allen Dingen dann auch immer gleich aus. Also meistens, nicht alle. Es gibt auch welche, die so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Die einen sind ein bisschen mehr blond, die anderen ein bisschen mehr weiß. Aber es ist schon, es ist nicht so schön. Nein, Schlagloch, Schlagloch. Aber unter 20 scheint man da auch durchfahren zu können. Ich möchte es nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Also bis wo das Maximum ist. Es ist ja auch noch ein Fußgänger, wenn ich den Fall bin. So, bevor es gleich wieder heiß hier von wegen, dass ich im Bürgersteig rangekommen bin. So, dann gehen sie mal alle schön raus. Und der Schaum da noch drin bleibt. Sehr viele bleiben drin. Hier könnten ich doch einfach alle mal. Eine Fahrkarte, Becca. Okay. Braun. Einzel. Oh. So ein schöner Tag. Braun, zwei Studenten. Grün, rot. Ich kontrolliere sie einfach alle nochmal. Die laufen ja einfach wie die Bekloppte. Ach, du willst auch noch rein? Die Letzte will natürlich noch eine Fahrkarte kaufen, war ja klar. Und alle anderen rennen sie einfach so hier rein. Ja, ich weiß. Ich nehme einfach nochmal alle. Ich weiß. Wie oft wollen sie die dann hier? Sehr oft, sehr oft. Boah. Hier. Was? Oh. Was beschweren Sie sich denn? Ich habe Ihnen mein Zeh. Wo habe ich denn? Ja, ich bin auch bald Rentnerin. Ich habe nur noch, weiß ich nicht, 20 Jahre. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Ja, sagen wir 30. Bis ich so weit bin, gehen wir wahrscheinlich mit 80 in Rente. Das kommt noch dazu. Aber so, Uppala. So habe ich zumindest jetzt von allen die Karten gesehen und weiß, dass da jetzt diesmal ausnahmsweise keiner dabei ist, der schwarz gefahren ist. Oh, fahr nicht so schnell in die Kurve hier. So. Ja, brauchst nicht drücken. Ist eh in Station. Alles ist gut. Rechtskurve, linkskurve und dann sind wir da. Okay. Dann mal da nach dem Schild. Ja, genau. Das gibt es schon ab. Kurven hasse ich ein bisschen, muss ich gestehen. Mit einem Truck ist es irgendwie einfacher, finde ich. Wobei mit einem Truck fährt man normalerweise auch nicht so schnell. Müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, ich fahre mit einem Truck nicht so schnell, weil man halt dieses Große dann noch hinten dran hat und man sieht halt oder man weiß es halt, dass man es dran hat. Beim Bus ist das so, ich habe so ein Gefühl, als ob ich ein Auto fahren würde. Bin ich ganz ehrlich? Deswegen fahre ich auch mit dem Bus automatisch irgendwie schneller. Oh, Endstation, bitteschön. Gerne, gerne. Wir sind sogar noch zu früh da, ist das nicht schön? Wiedersehen. Alle raus, bitte. Auch die, die noch sitzen. Stehen Sie bitte auf. Verlassen Sie den Bus. Das ist Endstation. Dankeschön. Ich glaube, vorne will eh keiner mehr rausgehen. Die gehen alle nur noch hinten raus. Ja, bis dann, bis dann. Los, zackig. Raus mit euch. Oh, die haben jetzt fast 25 Sekunden gebraucht. Sind immer noch nicht alle draußen. Mann, 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 Mann. Ist das ein Aufwand. Hat jetzt keiner was davon geschrieben, dass Müll drin ist. Aber ich denke mal, dass das jetzt wahrscheinlich auch so gar nicht mehr angezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher. Ja gut, dann beenden wir mal. Dieser eine fucking Bordstein. Ihr könnt nicht doch mal, das wäre so eine perfekte Fahrt jetzt gewesen. So eine perfekte Fahrt. Ja, Gehälter und Wartung. Auch nicht gerade wenig Kosten. Ich meine gut, wenn man mal bedenkt, was da alles so wöchentlich reinkommt und dann nur in Anführungszeichen 16.000 grob runtergehen. Hervorragende Arbeit. Ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Mayerheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Ja, natürlich, natürlich. Und es ist schon wieder der gleiche Text, der irgendwie jedes Mal kommt, seitdem wir das hier freigeschaltet hatten. So, beim nächsten Mal, schauen wir mal kurz rein, haben wir den Bereich, den Bereich und hier die Schöbergrounds, oder wie die heißen. Ja, das war's, ne? Die drei, wobei Schöbergrounds steht hier gar nicht drin, irgendwie Haupt, achso, wegen Hauptbahnhof ist das, okay. Ja, dann machen wir uns in der nächsten Folge dran zu schaffen und bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr zu tun, als mich zu verabschieden. Ich hoffe, dass es dem Hans gut geht und dass er nochmal zurückkehrt und auch im Namen von Mautzi, sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.